Wende-Doppelpass im Zweischussspiel Für diese Übung benötigen wir ein gleichschenkliches Hütchendreieck von ca. 4 Metern Seitenlänge im Abstand von 16 Metern zum Tor. In etwa 10 Metern schräg dazu benötigen wir ein weiteres Hütchen. Verteilen Sie jeweils zwei Spieler an die beiden Stationen. Der erste Spieler läuft auf das Hütchen zu und führt eine Zidane-Wende mit Doppelpass durch. Anschließend nimmt er den Ball Richtung zweites Hütchen und führt dort eine Schussfinte wiederum mit Doppelpass durch. Danach erfolgt der Torabschluss per Vollspann. Anschließend erhält er ein flaches Zuspiel und schließt direkt per Ife-Ball ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun führen wir am ersten Hütchen eine Sohlenwende und am zweiten Hütchen die Wende abkappen durch. Im Anschluss erhält der Spieler ein hohes Zuspiel, welches er per Volley oder Dropkick verwerten soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020